Wenn jemand geht in den Tagen von Nisan und er sieht einen Fruchtbaum, der hat angefangen zu blühen, wird gebracht in dem Shulchan Arur, dass er eine spezielle Brachah sagen soll, dem Bekat Ha'ilanot. Diese Brachah sagen wir nur einmal in dem Jahr, in dem Monat Nisan. Manche Puskim aber schreiben, dass es nicht unbedingt Monat Nisan, kann man das auch in Monat Adar oder Monat Iyar sagen. Manche Puskim sagen auch, dass, besser sagen, diese Brachah, nur wenn wir sehen, zwei Bäume, was blühen. Wenn jemand hat von weit gesehen, einen Baum, was hat angefangen zu blühen, und er hat nicht den Text von dieser langen Brachah, manche Puskim schreiben, dass besser soll nicht speziell anschauen auf den Blüten von diesem Baum und nur nachher, wenn er hat den Text von der Brachah, so kommen wir näher den Baum, anschauen und dem richtigen Brachah sagen.